Wir haben ein buntes Karnevalsprogramm. Lustige, lustige Sprüche, viel Spaß, Gesang und Humor. Das ist das Motto der heutigen Sendung. Besonders Humor. Humor wird heute groß geschrieben. Dick, angestrichen im Kalender. Geschrieben mit H. MOR BITCHES! Okay, was? Sorry. Kurz ausrasta. Der war doch super! Dam-dam! Es ist dem Simon heut ne Ehre. Ne Ehre, deshalb gibt's auch keine Sperre. Na ja, na gut. Heute schlechte Reime. Ich weiß, wonach die Leute sich sehnen. Es sind der Ablauf und die Themen. Ich kann dir schnell mal alles sagen. Wir haben nen ganzen Themenwagen. Heute die Anmod und die Begrüßung. Ach ne, das haben wir ja schon. Versüßung rein. Versüßung. Deshalb machen wir jetzt weiter mit meinem Schaft. Denn er wird gebaut in Minecraft. Doch lieber Simon, was soll die Hatz? Ich hör! Wir haben eine, Matz! Nun spiel sie ab! Geschwind, geschwind! Währenddessen mach ich hier schnell nen Kind. Jetzt! Ihr seid gut vorbereitet, Regie, hä? So, dann vergessen wir jetzt einfach mal die Matz und gehen über zu nem nächsten Punkt. Der ist wie immer unser Best of Rocket Beans TV. Sag es deinem Mann oder deiner Frau. Kann man mich vielleicht mit digitalen Effekten... Dafür gab es echt nur 10% Tusch. Gut. Ich sag es laut, ich sag es leise. Die Regie heute ist ganz schön scheiße. Die setzen dich allen jetzt hierhin, ja? Sagen dir, heute ist Karneval, wir haben selbst keinen Bock drauf. Dann müssen wir uns dumm anziehen. Und dann haben sie die Matz nicht fertig und sagen, ja, mach doch mal ein paar gute Gags. Ich hau hier Gags raus, als wär ich Guido Kanz. Die Leute sagen... Guido Knopp. Guido Kanz. Habt ihr auch nen Husten? Das Schöne ist, die haben uns wirklich nen Tischfeuerwerk hingestellt. Das dümmste, kleinste, einfachste Tischfeuerwerk. Aber die haben uns die Anleitung noch dazu gelegt. Nicht unter Beleuchtungskörpern abschießen. Ach, egal. Gibt's hier irgendwo ne Stelle, wo keiner ist? Ich mach einfach mal an, gell? Das sagen die doch immer nur so. Ich hab Angst. Simon. Nochmal! Nochmal! Nun, viel Spaß beim Feiern, ihr Jecken. Lasst euch aber von den Rocket Beans zudecken. Das war wirklich schee. Ich sag dazu nur, okay. Da kam so viel Lustriges aus ihr Mund. Da wär ich auch gerne mal Hund. So. Und schade, dass ich musste gehen. Hätt gern noch mehr von Mobs gesehen. Ach, das war gar kein Mob. Entschuldigung. Falsche Hunderasse. Hey, es ist Karneval. Alles ist erlaubt heute. Alles ist erlaubt. Ja. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.